Hey Leute, was geht? Okay. Tut das oder tut das nicht? Tut das, tut das? Ja, soll wohl klappen. Oder nicht? Oder doch? Okay. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme jetzt ein bisschen komisch wird, weil, 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 weil die Videos noch durchrennen. Ja, okay Leute, also weil die Videos noch ein bisschen durchrennen, hier, während ich hier gerade am zocken bin. Ja, also ich bin noch gerade was am Rendern. Das dauert irgendwie heute außergewöhnlich lange. Und da habe ich gedacht, weißt du was? So, scheiß drauf. Ich zocke jetzt einfach. Äh, falsche Steine. Auch falsch. Da. Okay, vielleicht komme ich aber jetzt sieben Steinen ganz schön weit. Man weiß es nicht. Äh. Nö. Komm. Danke. Jeho. Okay. Ups. Ups. Was ist das? Ups. Hm. Wenn ich hier jetzt... Ich will hier irgendwie eine Tür reinbauen. Vielleicht hier direkt. Schaut das aus, wenn ich da jetzt eine Tür reinbastle. Ja, das muss wohl passen. Wenn nicht, dann, äh... Dann, ja, dann lasse ich mir was einfallen. Okay. Hier oben war nie. Ja. Ich nehme mal direkt ein ganzes Deck. Stein mit. Einfach nur, weiß ich nicht, damit ich nicht so oft laufen muss. Nein, damit ich jetzt hier so machen kann und dann den komplett da reinhauen kann. Ich glaube, ich höre mich irgendwie ein bisschen, äh, verschnupft an. Kann wohl, weiß ich aber nicht genau. Naja. Sind eben anstrengende Tage zur Zeit, ne? Ja. Ja, ich wollte mich doch informieren, wie jetzt diese Scheiß, äh, äh, nicht Repeater, wie die fucking Teile da gehen. Hiermit, hiermit. Hiermit. Die nehmen wir auch nochmal mit. Jetzt basteln wir ein bisschen rum. Heute basteln wir ein bisschen. Wir basteln jetzt irgendwie diese Scheiß-Teile. Ich glaube, die sehen so aus, oder nicht? So? Nein. Ah. So bestimmt. Ich sag's euch, so. Wie sehen die Scheiß-Teile denn aus, jetzt mit Eisen? Auch nicht. Wahrscheinlich so, hier jetzt. Ja! Ich bin so ein... Wuhu. Wie viel brauchen wir? Vier machen wir erstmal. Endlich geschafft. Jetzt. Okay, merken. Merken, 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 merken. Ah, okay. So, wir passen. Ach, und ich wollte mir noch... Woops, 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 woops. Was ist da denn los? Äh, so. Nein. Das wollte ich mir noch machen. Ja. Das hat mir noch gefehlt. Und ich pack mal schnell wieder die Steinchen weg. Äh, nein. So. Und die dort. Ich glaub, ich mach das so. Ich weiß nicht, ob das alles funktioniert. Ey, das ist immer so ein bisschen tricky hier. Angenommen, ich bastel jetzt hier so hin. Ja, ich brauch mal eben so einen Wartungsgang hier. Zwei, drei. Hm. Ich weiß aber nicht genau, wie ich das verkabeln muss. Ich glaube... Wenn ich jetzt... Ja. So, so. Ich glaub, ich brauch dafür... Diese, wie heißen die noch? Repeater. Ja, Repeater waren es. Ja, das waren jetzt Repeater. Okay. Äh, so. Ich hoffe, das Wettstone reicht. Vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ein paar Stöcker. Noch ein paar... Hiervon. Und dann... Äh... So. 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 Ein. Nein. Ah, jetzt hab ich's glaub ich mit... Cleanies war das. Ah! Okay, sieht gar nicht so ganz schlecht aus. Äh. Dann nehmen wir aber die Fackeln weg und hauen die da rein. Jetzt Cleanies. Eins, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei... So. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Und... Eins, zwei, drei, vier. Ja. Ist auch schon mal geschafft. Boah, ich freu mich schon voll aufs... Äh... Redstone Update. Eins Punkt, äh... Fünf Punkt... Irgendwas. Schlag mich tot. Keine Ahnung. Eins Punkt, fünf. So ist es. Geht das nicht so? Bin ich jetzt irgendwie falsch? Äh... Hä? Warum tut denn das nicht? So wahrscheinlich jetzt. Ups. Ich glaube, den Wartungsgang muss ich woanders hinbauen. Weil hier ist ja... Eindeutig dieses Gerät. Welche Richtung geht das? Ja, passt schon. Äh... Also hier kommt ja der so. Dann ist ja hier der. Und hier der. Aber nach wo baue ich dann? Ich muss runter. Ich muss runter. Juhu. Jetzt kommt ein Creeper. Ahaha. So. Also jetzt hier den Stein. Den dorthin. Und den... Dort. Und wenn ich jetzt nämlich... Warte, wie brauche ich nochmal diese Schalter? Diesen schwarzen Schalter. Ah, Mist. Wie brauche ich den denn? Ne. Hä? Neun. Wie brauche ich denn den Schalter? Warte. Warte, der ist doch aus Stein oder nicht. Oder Kohle? Hä? Ist das nicht Kohle? Was ist denn das? Äh... Naja, nix von beiden. Ah, so wahrscheinlich. Naja, auch nicht. Verarschen. Das wäre doch auch schlau. Naja, das wäre schon wieder zu teuer. Hm. Wie ist denn das? Ja gut, dann mache ich das erstmal anders. Dann mache ich das erstmal... Mache ich das erst einmal... So. Und dann... Scheiß drauf, dann baue ich mich hier einfach eben... Warte, das ist die Höhe. Dann muss ich den... Viel zu wenig... Redstone. Nein! Passt nicht? Wie passt nicht? Ah, wie mache ich denn diese Scheiße? So. Hä? Okay, das ist ja gar nicht mal so schwer. So, jetzt brennt nichts. Jetzt brennt er. Ja. Okay, das habe ich schon mal. So. Hä? Bug, bug, bug. Ganz langsam. Okay. Jetzt aber... Warum höre ich denn nichts? So. Jetzt höre ich endlich was auf meinen Kopfhörern. Äh. Jetzt. Gut, dass hier niemand ist. Gut, dass hier niemand ist. Ja. Ich hatte recht. Nichts. Ups. Die Maus geht voll ab. Was ist denn da los? Hm. Wo muss ich denn ganz hin? Klang ich mir bitte jemand auf? Nein, hier nicht, hier nicht. Wahrscheinlich hier. Ja. So. Wie viel habe ich noch? Drei. Nein. Es sei drei. Fuck. Sag nicht, jetzt klappt das nicht, weil ich... Ah. Komm schon. Ah, den, den und den. Sind drei. Eins, zwei, drei. Ja. Schaut ganz gut aus. Schaut ganz gut aus. Boah, ich feier voll, wenn das klappt. Sieht schon mal ganz gut aus. Boah, man, nice. Äh? Ach ja. Ups, der darf nicht. So. So. Schaut doch ganz gut aus. Ja. Kann man eindeutig so anbieten. Und wenn ich jetzt nämlich hier mache... Uh. Wassereimer, habe ich die mit? Nein. Okay. Äh. Wenn das jetzt nämlich tun würde, dann wäre das richtig fett. Äh. Achso, noch ein weiter. So. Und dann... Da ein Wasser... Aha. Wartet, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss kurz, äh, beenden, weil... Wegen... komischen Problemen, ja. In der zwischenmenschlichen Beziehung hier mit gewissen Personen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder jetzt. Tschö. So, Leute, ich bin wieder da, ich bin wieder da und jetzt geht's ab. Ich muss nur erstmal hier wieder rausfinden. Angenommen, ich gehe hier so, dann kann ich den zumachen und mach den einfach auf. Ja. Okay, den mit dem tauschen. Den mit dem tauschen. Und dann... Ich bin wieder da. Vielen Dank.